Piercing Studio Wermelskirchen. Hallo, die Kaja ist heute hier. Kaja, welches Piercing bekommst du? Einen Konch. Einen Konch. Und das hast du von deiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen, habe ich gerade gehört. Hast du dich gefreut? Ja, habe ich. Sehr gut. Nicolo steht in den Startlöchern. Ich stehe in den Handschuhen und startklar. Wir stechen Konchpiercing. Wir können das auch nochmal eben kurz zeigen. Wir haben das infiziert und eingezeichnet auf dieser Positionierung. Auch nochmal eben kurz eine Erklärung für alle, weil viele wissen den Unterschied zwischen Helix und Konch gar nicht. Also ein Konch wird immer wirklich da, wo es jetzt zum Beispiel eingezeichnet ist, frontal durchs Ohr durchgestochen. Würde man jetzt ein Helix-Piercing stechen, sticht man durch die Helix-Falze durch. Das ist immer der Unterschied zwischen Helix und Konch. Du bist bereit? Ja. Okay, dann können wir auch loslegen. Wir haben ja auch gesagt, wir machen einfach und ich sage dir gar nichts. Perfekt. Dann fixieren wir jetzt eben kurz den Punkt. Das ist das, was du so ein bisschen merkst, weil ich deine Helix-Falze etwas zur Seite bringen muss. Der Punkt ist fixiert und dann hast du auch ganz schnell dein Piercing. Piercing ist gestoppen. Das war's. Alles gut? Ja. Und du hast dein erstes Piercing gerade jetzt. Ja. War sehr schlimm oder ging? Nee, ging. Perfekt. Hast du also nicht gezuckt, keine Reaktion gezeigt. Kann gar nicht so schlimm gewesen sein, ne? Genau. So, dann machen wir eben schnell den Schmuck drauf und dann hast du es auch schon gestoppt. Schmuck ist drauf, wir setzen den Schmuck ein, Schmuck ist drin und fertig ist. Und wir schneiden die Kugel fest und jetzt eine Zitankugel in Gelbgold ausgesucht. So, die Kaya ist jetzt auch noch keine 18, also da ist auch immer ganz häufig die Frage, ne? Dann immer mit Einverständniserklärung der Eltern, das kann auch handschriftlich passieren. Unterschrift und den Personalausweis abfotografiert oder fotogruppiert von beiden Elternteilen. Und in dem Fall ist jetzt sogar noch die große Schwester extra mitgekommen, die er das ja geschenkt hat, ne? Das Piercing. Perfekt. Und dann werden wir es nochmal zeigen. Einmal das Const-Piercing mit einer 3 mm Zitankugel in Gelbgold. Schön. Auch mit dem goldenen O-Ring dazu. Passt. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank.